Kuriose Fakten! Der ehemalige Hoffenheim, Hamburg und Köln-Trainer Markus Gisdol ist bei seinem aktuellen Club Lokomotive Moskau zurückgetreten. Grund dafür ist die aktuelle Situation zwischen Russland und der Ukraine. Gisdol sagte, Fußballtrainer ist für mich der schönste Job der Welt. Ich kann meiner Berufung aber nicht in einem Land nachgehen, dessen Staatsführer einen Angriffskrieg mitten in Europa verantwortet. In dem Sinne, Liebe geht raus und euch liked und folgt mir gerne für mehr.